Ja, dann geht es weiter mit Sebastian. Sebastian, bist du willensfähig und bereit? Genau. Dann, bitte. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu meiner Bachelorpräsentation, das Typografische Manifest. Ich begrüße ganz herzlich meinen Erstprüfer Walter Hellmann und meine Zweitprüferin Martina Grünweit von der Agentur Hohmann Koch. Zudem natürlich auch alle Freunde der schwarzen Kunst und ganz besonders die Mitglieder des Buchdruckmuseums in Hannover. So, wie kam ich überhaupt zum Buchdruck? Und zwar bin ich seit dem 10. August 2016 jüngstes Mitglied bei uns im Buchdruckmuseum in Hannover auf der Limmerstraße. Wo ich das Setzen lerne und wie man auf der Präsentationsfolie auch sieht, arbeite ich dort immer im Digitalen. Das heißt, im InDesign bereite ich Layouts vor und übertrage das dann ins Analoge, scanne das ein und bringe es wieder zurück ins Digitale. Genau, und dort lerne ich regelmäßig jeden Mittwoch das Setzen und Druck. Bei der Themenfindung für meine Bachelorarbeit kamen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Hier sind einige kurz zusammengestellt. Unter anderem habe ich für das Brasilia Magazin in der Ausgabe 4 einen Beitrag geschrieben über das Buchdruckmuseum in Hannover. Auf der rechten Seite sieht man die praktische Winke, die für gerade Handsetzer interessant ist. Und ein Schlüsselerlebnis hatte ich auf dem ADC-Festival letzten Jahres 2019, wo ich das Manifest Kunst von Jonathan Mese gesehen habe. Also diese Performance. Und das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt und total geflasht. Und daraus ist der Gedanke überhaupt entstanden, auch ein Manifest zu erstellen für diese Arbeit. Dann habe ich erstmal geguckt, was gibt es denn überhaupt für Manifeste? Und habe mir die Definition dazu erstmal einmal rausgesucht. Und habe festgestellt, dass es etwas Handgreifliches ist. Von Manus, Manus Hand. Das heißt auch wieder was Handwerkliches, was ich wirklich spüren kann. Wie ein Buchdruck wirklich. Und wenn man sich weiter damit befasst, kommt man auch auf die Avantgarde und die Kunstmanifeste, wo es sehr, sehr viele gab. Und es gab halt ganz, ganz viele Fragen, die sich dabei gestellt haben und auch über meine Arbeit. Unter anderem zum Beispiel, wie wichtig, beziehungsweise welche Relevanz hat meine Arbeit? Wie nehmen andere die Typografie wahr? Kann ich eine Diskussion anregen, damit sich auch andere Gestalter mit dieser Thematik befassen? Und aus diesen ganzen verschiedenen Fragen ist dann am Ende eine Fragestellung entstanden. Und zwar, kann mir das Setzen im handwerklichen, analogen Buchdruck auch im digitalen Entwurf weiterhelfen, um das Auge für die Typografie zu schärfen? Das ist wirklich diese Kernfrage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Und um das Ganze zu beantworten, habe ich angefangen, Thesen zur Schrift zu formulieren, die mir so eingefallen sind und die ich auch in meinem Austausch, in meiner kleineren Umgebung immer besprochen habe. Und wie ging es nun weiter? Und es gibt ein Schlüsselevent an der Stelle, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mich gerne mit anderen austauschen und diese Thesen besprechen. Sehen die das auch so oder sehen die das komplett anders? Und dort war ich, bin nicht anders zu erwarten, auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs, hatte mein Skizbuch voll mit verschiedenen Thesen, die ich da aufgestellt hatte und hat mich vorher schon mit Audio-Equipment beschäftigt, weil ich das gerne auch als Audiospur natürlich gut aufnehmen wollte, um da eventuell noch was anderes rauszumachen. Genau, also ich bin dorthin gefahren, wollte Interviews führen und habe aber leider keine Schrift-Nerds gefunden, so wie das Jahr davor, wo ich die Leute vom Monotype kennengelernt habe. Und stand dann erstmal ein bisschen ratlos rum, bin dann rumgelaufen und so weiter und so fort und habe dann in einer Ecke einen sehr interessanten Typografen kennengelernt, und zwar den Rolf Rehe. Kurz zu seiner Person, Rolf Rehe ist Zeitungsdesigner und hat unter anderem in über 34 Ländern international gearbeitet. Er ist Gründungsmitglied von der Society für Newsdesign und hat auch als Professor in New York jahrelang unterrichtet. Mit ihm habe ich die These besprochen, Schrift ist Information, was bei einem Zeitungsdesigner natürlich ein bisschen nahe war. Und er hat mir sehr nahegelegt, dass Gestalter und Typografen Schrift als einen reinen Informationsträger unserer Zeit sehen sollen. Das war sozusagen die Kernaussage in dem Gespräch, wie man hier auch noch sieht auf dem Polaroid von der Frankfurter Buchmesse. An seinem Stand war noch ein anderer Art Director unterwegs und er hat mir dann gesagt, dass der Surkamp Verlag ja auch diesen Herrn Forstmann an seinem Stand hat. Und dann bin ich kurz mal zu ihm rüber und habe ihm meine Arbeit kurz gezeigt und präsentiert und er war auf jeden Fall sehr angetan. Und somit hatte ich dann einen Termin bei ihm in Kassel in seinem Büro. Kurz zu Herrn Forstmann, wer ihn nicht kennt, Friedrich Forstmann, ist ein Buchgestalter, Typograf, Fachautor und Ausstellungsdesigner. Und bei uns Typografen sehr, sehr bekannt durch das Buch Detailtypografie, was auch als eine Art Typografie-Bibel gesehen werden kann. Das ist ein Buch über 420 Seiten, was eigentlich alles abdeckt, was in einem Buch oder in einer Satzseile passieren kann. Also wenn man nichts oder nicht genau weiß, ob das richtig oder falsch ist, dann kann man da reingucken und weiß dann, ob das stimmt. Von ihm oder mit ihm habe ich die These besprochen, Schrift ist Funktion. Und in dem Interviewgespräch sind wir sehr stark auf die Entschleunigung der digitalen Medien eingegangen. Dass man auch wirklich mal wieder was Haptisches hat. Und bei ihm war sehr stark im Vordergrund, dass jedes Buch einen Körper hat und dass der Körper von jedem Menschen wahrgenommen wird. Und in dem Gespräch war unter anderem noch sehr stark, dass man sich in Büchern, in haptischen Büchern topografisch orientiert. Das heißt, man weiß genau oder ungefähr auf welcher Seite, was wo gestanden hat. Und dort hatte ich ihn auch ein bisschen getestet im Interviewgespräch. Und zwar habe ich aus den 50er Jahren ein neues Lieblingsbuch, das Buchstabenbuch von Erden Nerdinger dabei gehabt. Und er konnte sogar von bestimmten Seiten zitieren, weil er das früher als Schriftsetzer in seiner Ausbildung mal gehabt hat. Also das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. So, in meinem Skizzenbuch hatte ich dann noch die These, Schrift ist Kultur. So, und wen fragt man da? Vielleicht einen Kunsthistoriker? Und dafür war ich bei Erik Spiekermann in Berlin und habe an einem seiner Typografie-Workshops teilgenommen. Die gibt ja immer Ende des Monats, immer auf einem Mittwoch, das sind dann acht Stunden, maximal sechs Teilnehmer. Und es war rein zufällig noch ein Platz da oder frei, den ich dann sofort angenommen habe. Kurz auch einmal zu Erik Spiekermann, wer ihn nicht kennt. Er ist Typograf, Kunsthistoriker, Setzer, Drucker und Schriftentwerfer. Er hat auch die Agentur Metadesign gegründet und hat vor allem die Schrift für die Deutsche Bahn entwickelt. Dadurch ist er bei uns auf jeden Fall in der Szene sehr bekannt. In seinem Interviewgespräch ist rausgekommen, dass weniger deutlich mehr ist und das auch in Bezug auf digitale und analoge Schriften. Er hat das in dem Interviewgespräch sehr deutlich gemacht an Kernzutaten für Brot. Dass ein gutes Schwarzbrot zum Beispiel wirklich nur fundamentale Grundelemente braucht, so wie Bier und dann passt das Ganze gut zusammen. Und mit dem sollte man sich einmal vernünftig auseinandersetzen. Für die These Schrift ist Entwicklung war ich auch wieder ein bisschen überlegen und habe dann ein Typografie-Specimen bekommen. Das ist so ein kleines Heftchen, wo eine Schrift drin gezeigt wird. Und das war die New Suns mit über 90 Schnitten und zwar von einem mittlerweile Kollegen, dem Henning Skibbe aus Hamburg. Den hatte ich auf dem ADC-Festival auch kennengelernt und ich hatte ihm meine Schrift, die Gensch Antiqua präsentiert, die ich hier im dritten Semester im Schriftentwurfskurs aus dem Analogen ins Digitale gebracht habe. Und wir saßen zusammen bei einem Espresso und haben einige Korrekturen gemacht und so weiter und so fort. Und ich habe ihn dann in Hamburg besucht, in einem Co-Working-Space. Genau, und dann zu der These Schrift ist Entwicklung befragt. Henning Skibbe gab mir auf meinen weiteren Weg mit, dass es notwendig ist, die Entwicklung unserer Schrift und Anpassung an die Anforderungen der Medien sowie das handwerkliche Erkunden von Schreibwerkzeugen zu erforschen, um die Formensprache beim Schreibprozess zu erleben, damit diese auf das Digitale transferiert werden kann. So, vier Thesen hatte ich jetzt schon. Und wie ihr seht, sind das alles Männer, meistens alle ein bisschen älter. Zwei Drittel davon hatten schon eine Schriftsetzer-Ausbildung gemacht, also sind meinem Thema sozusagen sehr entgegen oder passten perfekt in das Thema rein. Und ich war überlegen, wie ich dort einen guten Kontrast erzielen kann und habe dann über Instagram kannte ich schon länger eine feministische Schriftgestalterin, deren Arbeit ich sehr gut finde und die auch sehr experimental ist. Und diese Schriftgestalterin habe ich dann in dem Sandberg-Institut in Amsterdam kennengelernt, wo wir dann die These Schrift ist Emotion besprochen haben. Und zwar war das Charlotte Rohde. Charlotte Rohde, genau, ist eine feministische Schriftgestalterin, die dort jetzt gerade ihr Master macht. Sie doziert auch sehr viel und bietet Typografie-Kurse an. Aktuell macht sie viel in Tonformen oder Tontöpfen, Gefäßen, die aber keinen Gebrauchszweck haben, sondern einfach nur dem Handwerklichen wieder anfassen dienen. Und was ich von ihr sehr stark gelernt habe, dass man zuerst mit dem Gefühl gestalten sollte und danach kommt sozusagen der Rest. Also so ist ihre Herangehensweise, deswegen auch ihr Zitat Form follows Feeling und nicht Function, so wie wir das eigentlich kennen, gerade aus dem Produktdesign-Bereich. So, jetzt hatte ich diese Audiospur, die ich dann transkribiert habe, dann hatte ich einen Text und zu Hause habe ich mir ein großes A0-Board gebaut, wo ich am überlegen war, wo ich was genau platzieren kann und welches Medium ich überhaupt bespielen möchte. In der Mitte, weil ich aus dem Editorial-Design komme, habe ich dann natürlich das Buch gewählt, was in der Mitte ist. Dann oben Nummer zwei, die Podcast-Variante. Ich hatte ja die Audiospur. Eine kleine Website vielleicht dazu. Und dann noch eine räumliche Inszenierung, da wir ja im Atrium auch unsere Ausstellung haben. Das war mir sehr wichtig. Genau, ich wählte am Anfang noch den Arbeitstitel Safe Type, den ich dann aber schlussendlich zu das typografische Manifest geändert habe. Bei dem Buch ist es so, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass es ja meistens zu 60 bis 70 Prozent erst gar nicht gelesen wird, obwohl es gekauft wurde. Und meistens ja dann im Bücherregal verstaubt oder in der Bibliothek irgendwie untergeht. Und der Vorteil von einem klassischen Buch ist allerdings, dass es den Leser in einen Ruhemodus bringt. Das heißt, ich kann das zwar in der Straßenbahn lesen, aber ich muss das wirklich in die Hand nehmen und mir auch die Zeit dafür nehmen. Im Digitalen ist das natürlich mit der Website zum Beispiel ganz anders oder mit einem Podcast. Den kann ich auch eben schnell in meiner Straßenbahn, Kopfhörer rein, mir anhören. Auf der Website habe ich natürlich auch eine höhere Reichweite, da ich ja keine Druckkosten für das Manifest habe. Und ich kann das jederzeit schnell aktualisieren, weil was gedruckt wurde, das wurde gedruckt. Genau, noch einmal zurück zur Idee mit dem Setzkasten. Die habe ich dann erstmal einmal ganz grob anskizziert. Und das passt da wunderbar mit meinen fünf Thesen, die drumherum sind. In der Mitte wird das Buch eingelassen. Und somit hatte ich auch einen dreidimensionalen Raum, der mir sehr wichtig war. Und dieses Objekt dient auch oder kann auch als Wanderausstellung funktionieren. Das Interessante dabei ist, dass einige Setzkasten auch genormt sind. Das heißt, das könnte sozusagen überall nachgebaut werden. So sieht nun der fertige Setzkasten aus, der auch eingeschwärzt wurde. Unten links sieht man die erste These mit dem Rolf Rieh. Oben dann den Walkman mit Friedrich Forsmann, wo auch sein Interviewgespräch auf einer Kassette drauf ist. Dann in der Mitte ein klassischer Winkelhaken mit der Schrift auch drauf. Schrift ist Kultur. Oben rechts das Interview mit Henning Skibbe. Und unten, das ist so eine magnetische Knete, zum Experimentieren das Interview mit Charlotte Rohde. Kurz einmal zum Buch. Direkt am Anfang findet man eine Legende, wo man dann die Website besser navigieren kann. Das heißt, ich gehe auf die Website typomanifest.de und kann dann jeweils die Kapitel Nummer A1, A2, B1, B2 und so weiter eingeben. Somit habe ich auch eine direkte Navigation für die Website. Und das Buch kann parallel gelesen werden. Die Website sieht aktuell so aus und wird durch eine Audiospur, die eingesprochen wurde, wiederum ergänzt. Dazu gibt es noch verschiedene Bilder, die gezeigt werden und der vollständige Text ist unten. Auf der rechten Seite sieht man dann auch noch den guten Herrn Gutenberg, der als Kupferklischee vorliegt im Buchdruckmuseum in Hannover. Kommen wir kurz einmal zum Gestaltungsprozess. Wie gesagt, hatte ich immer mein Skizzenbuch dabei und bin vom Analogen ins Digitale, vom Digitalen wieder ins Analoge. Das heißt, ich habe im Buchdruckmuseum mir auch verschiedene Schriften ausgesucht, die es halt nur in den Größen dann auch gab. Habe mir davon Listen gemacht, habe die abgedruckt, wieder eingescannt, geguckt, ob das funktioniert in InDesign und so weiter und so fort und bin auch beim Layouten erst mal mit dem Stift drangegangen und habe mich so Stück für Stück nach vorne gearbeitet. Ich habe dann das Format gewählt, 160x240, was ein klassisches Buchformat ist und vor allen Dingen aus dem Setzkasten heraus entstanden ist. Ich habe geguckt, welches Format gut in diesem Setzkasten funktioniert und habe es dann so gewählt, dass rechts und links und oben und unten ein harmonischer Rand entstanden ist. Wie man hier auch schon sieht, habe ich dann in einem elfspaltigen Raster gearbeitet, wodurch ich eine sehr hohe Flexibilität beim Layout hatte. Eine Besonderheit gibt es hier noch. Und zwar bei den Interviews gibt es oben ein Timecode und so verschiedene Hashtags. Und dort ist es so, dass die Audiospur immer zeigt, auf welcher Kapitelseite ich im Buch jetzt gerade bin und die Hashtags dienen dafür, dass das später über Social Media, über Instagram durch die verschiedenen Hashtags dann auch noch deutlicher in den Fokus gerückt werden kann. Dann kommen wir jetzt zum schönsten Punkt, und zwar Typografie. Und zwar habe ich mich da wieder ein bisschen zurückerinnert, was Erik Spieker mir gesagt hat, weniger ist mehr. Und durch das Buchdruckmuseum, wir haben eine funktionierende Linotype-Setzmaschine. Das ist eine alte Maschine, die Matrizen oder Vorlagen hat und dann wird Blei gegossen und dann kommt da so ein Riegel am Ende raus. Zeige ich später vielleicht noch. Und dort haben wir halt verschiedene Schriften drauf und ich habe mich für die sehr alte Zeitungsschrift, die Excelsior, in Regular entschieden. Die gibt es im Digitalen auch nur in vier Schnitten. Also in Regular, dann in Kursiv und in Bold. Und die Akzidenz-Grotest, da sie eine sehr gute Klarheit und Einfachheit hat, die musste ich allerdings im Buchdruck ergänzen mit der Helvetica. Und die ist fast auch nicht zu unterscheiden zum Glück, bis auf das große R und die sieben und einige kleine Feinheiten. Fällt also fast gar nicht auf, dass man da so ein bisschen geschummelt hat. Dann würde ich jetzt einmal ganz kurz zur Kapiteldramaturgie kommen, eines Interviewsgesprächs. Vorab gibt es noch eine kurze Einführung, also ein Vorwort, dann eine kurze Erklärung zur Schrift und zu den Büchern, wie das damals entstanden ist und am Ende auch noch ein Fazit im Buch. Genau, und so ist eine Aufmacherseite mit der These, die dargestellt wird, mit der Kapitelnummer. Danach folgt eine Karte, eine typografische, damit man auch weiß, an welchem Ort das Interview jetzt gerade stattfindet. Das eint die Biografie über die Person. Und alles, was hier in diesem Silber gedruckt ist, ist dann im Buchdruck händisch dazugekommen. Danach folgt ein Prolog, der kurz erklärt, wie ich zu dieser Person gekommen bin, was ich am Anfang der Präsentation schon erzählt habe. Und hier sind auch Elemente aus dem Bleisatz mit eingebaut, diese Balken, die ihr seht. Das ist Filmmaterial, was man sozusagen im Bleisatz immer zwischen die Buchstaben legen muss. Und das ist hier sozusagen an einigen Stellen nachempfinden. Das Ganze schließt dann ab, auf einer schwarzen Seite mit dem Polaroid und leitet über zu dem Interview. Dadurch, dass manche Interviews natürlich auch sehr lang sind und ich immer Objekte mitgebracht habe, dürfen natürlich Abbildungen nicht fehlen. Das heißt, die unterbrechen ab und zu an einigen Stellen die Interviewgespräche und bieten somit auch dem Auge so eine kleine Ruhephase ein. Das Ganze schließe ich dann ab, wieder auf einer schwarzen Seite mit den Skizzen aus meinem Skizzenbuch und den Gesprächsnotizen, die es daraus ergeben haben und leitet über zum Epilog, wo ich das Ganze nochmal Revue passieren lasse, das Interview und so die Kernfragen nochmal deutlicher in den Fokus rücke und auch kritisch hinterfragen. Dann folgt die Seite mit dem Objekt aus dem Setzkasten und eines der Zitate aus dem Interviewgespräch. Danach folgt ein schöner Bildteil und dazu möchte ich gerne etwas zitieren und zwar aus der Page-Ausgabe 02 Comeback der Fotografie Zitat Ist die Zeit reif, um verstärkt über den Einsatz fotografischer Mittel im Design nachzudenken? Zitat Ende Noch ein weiteres Zitat, gleiche Stelle Fotografie ist unschlagbar, wenn es um echtes Leben, Nähe und Anschaulichkeit geht. Auch wieder Zitat Ende Dann kommen wir jetzt zu dem Setzkasten, wo dann nach dem Kapitel auch das Objekt reingelegt wird. Zum Druckprozess Genau, also ich habe auf einer Abziehpresse gearbeitet im manuellen Buchdruck und dort ist es so, dass über einen Druckzylinder das Papier, was oben eingelegt wird, über die Schrift gerollt wird oder gezogen wird und die Schrift ist immer spiegelverkehrt, damit das dann sozusagen alles wieder gut funktioniert. Und wie das Ganze dann einmal aussieht, das zeige ich hier noch einmal. Das war die Location, mit der ich dann vier Tage im Januar gearbeitet habe. Das ist das Buchdruckmuseum in Hannover. Ich habe dann dort auch Biertische aufgebaut, da ich eine Fadenheftung gewählt habe, damit das Buch sehr langlebig hält und dort ist es so, dass ich in den verschiedenen Lagen arbeiten musste, was nicht ganz so einfach war, weil man da sehr sauber und clean arbeiten muss und würde dann einmal überleiten zu dem Buch. Genau, das Buch habe ich jetzt eine Auflage von zehn Exemplaren gedruckt und hatte auch einen klassischen Pappband drumherum. Danach war ich noch ein bisschen überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt alles wieder in diese räumliche Inszenierung hinein und habe es dann so gemacht, dass ich mich ja zurückerinnert habe an den Setzkasten und aus dem Fundus der Hochschule Hannover von Thomas Wahle, der hier vorne auch sitzt, habe ich dann einen alten Boston-Tiegel mir genommen oder geliehen und den auch in der Ausstellung jetzt aktuell inszeniert. Auf der rechten Seite ist dann dieser Setzkasten zu finden, wo das Buch auch eingelegt ist. So, nochmal zurück zur Fragestellung, die ich mir ja am Anfang gestellt habe, ob mir dieses manuelle Handwerk wirklich hilft irgendwie für den digitalen Entwurf und dazu möchte ich gerne Folgendes sagen. Ja, das manuelle Setzen im Buchdruck mit den drei dimensionalen Buchstaben hilft, wenn es um das Verständnis und um die Detailtypografie geht. Diese Erkenntnis der Rückbesinnung auf das Handwerk ist nicht nur ein Mehrwert für Studenten, sondern auch für Dozenten und allen, die mit Schrift arbeiten. Das kam sehr stark in den Gesprächen mit den verschiedenen Interviewpartnern heraus. Gerade dieses Haptische, dass das wirklich sehr, sehr viel mit den Menschen macht. Das Wissen, das ich in diesem Manifest arbeitet habe, gilt es nun in der Praxis umzusetzen, anzuwenden und im Prozess zu hinterfragen. Durch Beschränkungen im Designprozess lernen wir bewusster aus dem Handwerk, den Fokus auf die Grundbausteine der visuellen Sprache zu lenken. Weniger ist mehr. Ich kämpfe dafür, die Wissenskultur der schwarzen Kunst durch die aktive Produktion zu erhalten, da wir es unserem Erbe schuldig sind. Auch die abnehrende Zahl der Bleisatzbuchstaben muss in diesem Zusammenhang bewahrt und gerettet werden, damit das Wissen von Generation zu Generation zukünftig weitergegeben wird. Und auch möchte ich diese Bachelor-Präsentation mit der Kernaussage meines Manifests noch einmal abschließen. Und zwar, das typografische Manifest ist eine Aufforderung an alle, die zweidimensionale Fläche am Monitor zu erweitern, um wieder Schrift in der Dreidimensionalität zu erleben. An dieser Stelle möchte ich einmal meinem Erstprüfer Walter Hellmann und Martina Grünwald danken, für die viele Literatur, die ich bekommen habe, die mich sehr inspiriert hat und auch viele Kehrtwendungen in dem Prozess zeigte. Unter anderem auch beim Buchdruckmuseum in Hannover, bei Digitalprint, da ich dort auf der HP Indigo einer digitalen Offset-Maschine drucken konnte und bei der Feinbuchbinderei Fese und Sohn, die sehr, sehr viel Geduld mit mir haben mussten, da ich über 20 Buchdecken von ihnen bekommen habe da einige vom Bedrucken her etwas schwierig waren, bei Holmen für das gute schwedische Papier und ganz besonders auch bei Alex Giese, der mir noch die analoge Kassette überspielen konnte. Unter anderem möchte ich auch sehr Nadine Nölke danken für das viele Lektorieren und Julia-Katharina Thiemann genau und lade euch ein gerne die Website zu besuchen, wo ihr dann auch alles weitere dazu findet. Vielen Dank. Ganz hinten dürfen die Quellen dann nicht fehlen, dann zeige ich die auch nochmal, dann sind die gezeigt. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einmal meinem Erstprüfer Walter Hellmann die fünf Thesen überreichen, die auf der Linotype-Setzmaschine entstanden sind, noch im Blei, sind auch schon mal abgedruckt, dann sind schon mal ein bisschen benutzt aus, nicht mal ganz normal. Dankeschön. Gerne. Herzlichen Glückwunsch. Und und dann auch einmal das Manifest. Viel Spaß bei der Lesen. So.